Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Als Typ sehr humorvoll, ist sehr locker auch im Gespräch, aber gleichzeitig sehr bestimmt. Ein sehr akribischer Trainer. Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal um 23.50 Uhr am Abend kontaktiert und habe dann am nächsten Tag um 8.30 Uhr einen Angriff von ihm bekommen. War schon sehr speziell und sehr interessant, unser erster Kontakt. Aber am Ende hat es sich sehr gelohnt und er ist ja Gott sei Dank bei uns gelandet und nicht woanders. Ich glaube, dass es hier einen schlafenden Riesen gibt und dass es vieler Menschen bedarf, diesen schlafenden Riesen zu wecken und in die richtigen Bahn zu führen. Also hier ist einiges möglich. Ich denke, dass uns immer ein bisschen auch die Erfahrung fehlt, die andere Leute einfach in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn wir Thorsten Bayer sagen, ist das halt, ja, ist ein sehr starkes Wort in Hamburger Amateurfußball, der in der Vergangenheit vieles erreicht hat. Und genau so einen erfahrenen Mann am Steuerbord haben wir halt gebraucht. Das spielt ja an auf Max Kuse und Martin Harnik und da muss ich sagen, das sind schon zwei besondere Spieler. Das waren Spieler so, die kannst du als Trainer nachts um drei anrufen, um halb fünf trainieren wir im Wald und die würden fragen, warum nicht schon um vier? Also die haben eine besondere Einstellung zum Fußball. Bei Martin ist es schon so, dass er mal, also auch dann nochmal irgendwie was hören möchte, auch wenn das jetzt lange her ist und ein sehr gestandener Bundesliga-Spieler ist mit 30 Jahren. Da werden einzelne Spieler dann auch immer mal zur Seite genommen, da werden Fehler direkt erläutert, da werden Lösungsbeispiele mitgegeben und das hilft natürlich gerade jungen Spielern dann auch, gewisse Situationen viel einfacher zu lösen auf dem Platz. Zumal dann auch eine Mannschaft vorführt, die aus ziemlich vielen eigenen Spielern bestehen, die im Nachwuchs groß geworden sind, dann ist das eine Aufgabe und eine Aufgabe, die mit Identifikation zu tun hat und das war das genau, was ich jetzt noch machen wollte nach einem halben Jahr Pause. Fährt auch voll noch sicher. Mieten Sie ein LKW ab 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.